hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute ein weiteres review und zwar zu dem film ganz akimbo ja mit daniel ratcliffe harry potter wir kennen ihn alle der ist schon ja wirklich in paar filmen positiv aufgefallen das bin ich nach harry potter jetzt hier wie sagt mit anska kent ganz ganz akimbo natürlich der am vierten zwölften erscheint offiziell in einem schicken media book übrigens ja jetzt ich konnte den vorab sichten ist ein an cut also kommt jetzt an cut raus ab 18 jahre der film ist ja so eine action komödie kurz mal worum geht es denn eigentlich überhaupt den film ja denn den den daniel ratcliffe mein gott denn die redcliffe ist so ein kleiner loser könnte man sagen der ja computerspiele programmiert aber auch nicht so recht auch sehr unzufrieden ist mit seinem leben allgemein und er seine freundin auch verloren hat alles so ein bisschen drauf und drüber geht und aber erst ein kleiner toll ist ein internet toll ist der halt immer so ja wie sagt kommentare abgibt viel und wir sind in so einer etwas naja richtigen zukunft würde ich nicht sagen jedenfalls gibt es da eine organisation die immer so über per livestream so wie wir es heute kennen also ist heute sehr gut angesetzt in der heutigen zeit so ein bisschen mit diesen live streams den ganzen kommentaren die ganze community gibt es da halt eine eine ja organisation schism heißt die die halt ja menschen gegeneinander antreten lässt bis zum tod her also so ein bisschen running man könnte man sagen steckt dort drinnen und dann ihr wettliff ist also ein bisschen der toll die mal so ein bisschen übers internet und ja die wissen auch immer wer ist greifen hinauf statten ihn mit zwei waffen aus die sie ihm an die hände bringen sage ich jetzt mal und ja eine gegnerin die sollen beide bis auf den tod gegeneinander kämpfen und schon gerät sein normales leben bisschen aus den fugen und wird doch ein bisschen aufregend so viel will ich gar nicht zu der story weiter sagen ja was macht der film jetzt gut oder auch nicht ja sagen wir mal so wie sagt der film ist ab 18 hat also eine gewisse härte aber nicht so übertrieben also man könnte sich jetzt vorstellen dass er doch ein bisschen brutaler ist er hat einen coolen stil auf jeden fall optisch hat man sich da viel einfallen lassen ich finde so man könnte den film so beschreiben er ist so eine mit mischung aus warning man crank auf jeden fall und hier den anderen actionfilm wie ist er noch mal der mit seiner karotte hier schotten schott ab schottem ab oder wie dieser der so eine mischung aus diesen drei film ist er bedient sich da ja offensichtlich ganz schön und was ich sagen will ist wie gesagt wir haben eine sehr schnelle schnitte und sehr schnelle kamera was wie gesagt da wissen alle die mich kennen dass ich da nicht ein riesen freund von bin hier wird es auch ein bisschen übertrieben teilweise dass man wirklich beim hingucken ein bisschen schlecht wird teilweise so extrem weil die kamera mal auf den kopf geht und hier passt zu manchen situationen ja aber manchmal finde ich ist doch ein bisschen zu übertrieben wie gesagt ich bin auch kein freund davon weil die action dadurch ja immer unübersichtlich wird man nicht weiß wo was wie wäre gerade wo steht oder auch bei verfolgungsjagden mit autos bin ich kein großer freund davon ja ist für mich ja auch immer so eine art action billig darzustellen weil ja man da viel mit schnitte kaschieren kann aber wie gesagt ist ein anderes thema da bedient sich der film halt sehr ich weiß auch von euch draußen dass viele sowas nicht mögen so schnelle schnitte nicht die freund davon sind aber wie gesagt stört nur ab und zu sonst ist das eigentlich sehr cool haben sie coole ideen gehabt mit den schnitten und so weiter auch coole sprüche coole dialoge auch witzige wie gesagt ist ja eine action komödie man kann da wirklich teilweise mal sehr gut lachen neben danny redcliffe muss ich natürlich noch erwähnen samara werving die da seine ja gegenpart ist coole schauspielerin übrigens die ja auch schon bei hier dem babysitter film von netflix mitgemacht hat und wo sie ganz gut war hier dieser horrorfilm in dem haus ja wie hieß denn der jetzt noch mal ja wie gesagt die ihre rolle auch sehr sehr gut spielt und das wirklich auch überzeugend darüber bringt und die ist einfach einfach mal cool anzusehen in diesen rollen auf jeden fall macht das spaß denn die wettcliffe muss ich ganz ehrlich sagen finde ich kaufe ich die rolle nicht so 100 prozent ab das ist irgendwie das passt irgendwie nicht so ganz zum schluss auch wie er sich so in dem film entwickelt das ist irgendwie so ich weiß nicht ich glaube ja die charaktere haben auch sehr wenig hintergrund hat sich glaube ich bei diesem film hauptsächlich auf diesen auf diesen coolen look konzentriert auf die action die brutalität so ein bisschen konzentriert das war glaube ich so das hauptaugenmerk hat dabei so ein bisschen vergessen die charaktere ein bisschen auszuarbeiten vielleicht oder so so ja wie gesagt man der film bedient sich running man crank auf jeden fall diesen beiden film sehr doll aber er schafft nicht diese genialität dieser filme zu erreichen das muss man auch wirklich sagen positiv ist auch noch zu sagen dass die musik immer sehr sehr klasse ist auch noch zu sehr sehr geil zu diesen szenen passt aber trotzdem wollte der film mich nicht so 100 prozent packen er ist kein schlechter film er ist mal was anderes das will ich wirklich hier positiv hervorheben aber er ist auch wirklich nicht nicht so dieser hit wo man sagt ja hat mich jetzt so völlig weg gehauen sowas wie wie so ein ja wie so ein crank wäre der erste oder wie so ein wie so wie der erste john wick zum beispiel das das schafft er einfach nicht da ist ja irgendwie zu weit weg weil auch muss man ganz ehrlich sagen die cgi effekte auch sehr billig sind also die wirken immer sehr sehr also explosion und so was alles das wirkt alles hat zum b-movie charme was aber dieser film auf eine art nicht ist weil er doch auf eine art sehr hoch qualifiziert produziert wurde aber doch ja so mischmasch ist irgendwie ich weiß nicht ist schwierig zu sagen aber nicht desto trotz hat mich der film sehr gut unterhalten war mal was anderes cooler danny redcliffe der eigentlich auch immer cool ist aber irgendwie diese rolle nicht so hundertprozentig aber eine sehr sehr geile samara raving hier in diesem film kriegt der film von mir eine drei von fünf hat mich wie gesagt sehr unterhalten aber um sich groß abzuheben und irgendwie zu sein zu lernen da war er doch ein bisschen zu weit entfernt und nun ja aber trotzdem unterhaltsam lustig habe manchmal laut gelacht und mal was anderes kann man sich auf jeden fall geben in diesem sinne soll es auch gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und das ist beim nächsten video bis dann bis dann